herzfreundlich ich probiere heute jemanden hier herauszufinden um und hier ihr könnt auch gerne mitraten besser gesagt erraten wen ich suche. Trägt deine Figur reibliche Kleidung? Ja, tut sie. Kennst du deine Figur persönlich? Nein. Wohnt deine Figur in Deutschland? Ich wahrscheinlich, ich glaube, ja. Hat deine Figur blondes Haar? Ja. Ist deine Figur eine YouTuberin? Ja. Ist deine Figur ein Gamer? Weiß ich nicht. Ist deine Figur eine Mafia? Ist deine Figur 900 Jahre? Ist deine Figur älter als 900 Jahre? Trägt deine Figur eine Prülle weiße Schmisch? Kennt man deine Figur mit einem Bart? Nein. Spielt deine Figur Minecraft? Nope. Ist deine Figur eine Mafia? Kennst du deine Figur aus dem Fernseher? Nein. Magst du deine Figur Tiere? Ja. Kommt deine Figur aus der Schweiz? Ja. Ist deine Figur schon einmal deutscher Meister geworden? Weiß ich nicht. Ähm, Slash. Trägt deine Figur eine Krawatte? Nein. Kennt deine Figur Figur Anraffstuhl? Ähm, sie kannten sich. Also ich sag jetzt einfach mal Ja. Hat deine Figur etwas mit einem König zu tun? Nein. Richtig. Wollt ihr mehr davon? Wenn ihr mehr schreibt in die Kommentare. Ciao.